Tag, 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 Tag. Einen Hotdog bitte, einen Hotdog. Normal, Riesen oder Super? Wie, wie, wie bitte? Normal, Riesen oder Super? Achso, ja. Normal bitte, normal, normal. Welche Wurst? Curry, Wiener, Weiß oder Bratwurst? Ne Bratwurst, ne Bratwurst. Italienisch, Französisch, Bulgarisch, Einheimisch? Wie, 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 wie bitte? Italienisch. Dünne Haut, weiche Füllung, Mädewürzung. Französisch, Lang, Dünn, Kaum Füllung, Scharfe Würzung, Bulgarisch, Mehr Haut als Füllung, Kaum Würzung und Einheimisch, Alles ausgewogen, erwogen und abgewogen. Ja, einheimisch bitte, ja. Einheimisch. Das Brötchen? Mit Mohn, Sesam oder Sonnenbohnenkern? Mohn, 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 Mohn bitte, ja. Schwarzer Mohn, Roter Mohn, Gelder Mohn, Schlafenmann? Schwarzer Mohn, ja. Senf? Bitte, 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 ja. Scharf oder süß? Halbsüß? Trocken? Scharf, scharf bitte. Ketchup? Nein, kein Ketchup. Ist aber im Preis mehr drin. Trotzdem kein Ketchup. Schade, wir haben einen Ries an Ketchup. Kein Ketchup bitte, sag ich doch deutlich! Sonst irgendwas dazu? Zwiebel, Gurke, Peperoni. Bitte? Zwiebel, Gurke, Peperoni? Nein. Sonst doch irgendein Wusch? Nein, 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 nur ein ganz normaler Hotdog mit einer einheimischen Bratwurst und einem schwarzen Mohnbrötchen mit scharfen Senf und ohne Ketchup bitte. Die Saviette. Hart, weich oder fest? Brauerhaftig, inhalt, geritten oder impregniert, mustergefällig, gepunktet, gestreift, liniert, kariert mit Blumen, Weihnachtsmännern, Tannenbäumen oder internationalen Sehenswürdigkeiten, Riesenrad, Freiheitsstatue oder Kölner Doom, vielleicht in den Kombinationen rot-linierte, gelben Punkten oder hellpinke Linien, umrandet mit abwechselnd violetten und türkisfarbenen Zickzacklubs, nicht wahr? Nein, ich brauche gar nicht so viel. Geben Sie her, geben Sie her, geben Sie her. Was bin ich Ihnen schuldig? 4,50, ja. Rubel, Schilling, D-Mark, Dollar, Fonds. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.